Hallo Skorpion, wie geht's? Ich möchte gerne mit dir zusammenschauen, wie deine Energie für die nächsten 24 Stunden für dich steht. Schauen wir mal. Wow, Wahnsinn. Wow, was für Karten. Die Karte, die Liebende. Skorpion. Sternzeichen Zwilling. Der König der Münzen ist hier zu sehen auch. Zweide Münzen auch. Entscheidungen, die man hier zu treffen hat, ist zu sehen, Skorpion. Wichtige Entscheidungen, aber nicht irgendeine Entscheidung. Ne, sehr wichtige Entscheidungen für dein Leben, was dich möglicherweise in einen neuen Anfang, in eine neue Situation mit viel Reichhaltigkeit bringt. Guck mal, wir haben Aste Münzen, Rade Schicksals, der Gehengte. Wahnsinn. Also deine heutige Energie zeigt sich wirklich sehr mit potenziellen Karten. Also wir haben hier drei große Arcana, spirituelle Arcana. Also wir haben hier mit einer Opferung auch zu tun, mit einer Veränderung zu tun. Hier sind Veränderungen, Skorpion, zu sehen. Hier sind starke Veränderungen zu sehen. Der Gehengte ist auch eine spirituelle Karte. Eine Karte, die mit einer Erleuchtung verbunden ist. Ja, eine Situation, die man erkennt, die man klarer sieht. Tatsächlich eine Transformation ist hier ja oder ja. Es ist logisch, es ist klar. Und wie gesagt, diese Veränderungen spürt man in deinen heutigen Tag. Also in deinen nächsten 24 Stunden spürt man hier, ist ein Gefühl hier von Veränderungen. Ich kann es dir nicht anders sagen. Veränderungen einfach. In eine neue Situation. Rateschicksals, Aste, Münzen. Ja. Die Situation ist schwierig, ja. Kompliziert, ja. Aber die Veränderung ist da. Das ist hier zu sehen. Tatsächlich. Dass du vielleicht dafür auch eine gewisse Zeit für dich nehmen musst. Ja, sicher. Weil, also es ist ja auch logisch, Skorpion, dass starke Veränderungen eine Zeit benötigen, ja. Also nicht nur, dass diese Veränderungen jetzt sich verwirklichen, sondern wir müssen erst mal mit der Situation klarkommen, ja. Es kommt darauf an, worüber wir jetzt hier reden, in deiner Situation. Jeder ist ja, kommt in anders in Resonanz. Aber es gibt hier eine komplizierte, schwierige Situation tatsächlich. Und du brauchst möglicherweise diese Zeit für dich, ja. Es gibt hier einen gewissen Stillstand schon zu spüren. Also die Karte, der Gehängt hat, braucht ja eine Zeit. Aber hier sind deutliche Veränderungen zu sehen. Skorpion. Deutlich. Deutlich. Sehr deutlich. Mit der Karte, die Liebende, ja. Und zwei der Münzen. Also schon eine wichtige Entscheidung, mit einer wichtigen Entscheidung zu tun, ja. Bei manchen hat das mit einem Ehemann, Ehrefrau zu tun, mit Familie zu tun. Situationen, die sich verändern müssen, weil es einfach so ist, die Zeit gekommen ist, wie auch immer. Aber hier ist schon diese Situation. Die beide Karten reden für eine Entscheidung. Ob die Entscheidung jetzt über die Liebe sich handelt oder über Arbeit, ja. Also man spürt hier schon dieses Gefühl. Skorpion, das zeigt sich die Energie für heute, für die nächsten 24 Stunden. Auf jeden Fall bist du dabei, ja. Wir schauen morgen, wie die nächste Energie für dich sich zeigt, ja. Dankeschön. Schönen Abend. Tschüss.